Ich würde sogar feiern, wenn am Ende des Tages es heißt, Frauenfußball ist an einem Punkt gelangt, wo man sagen kann, es kann mit dem Männerfußball konkurrieren, sag ich jetzt mal. Aber da müssten sozusagen halt nicht die Frauen nur rumheulen, sondern einfach auch mal Initiative ergreifen. Fabrizio Romano ist auch ein krasser... Wir wollten ja mit dem unbedingt einen Podcast machen. Da habe ich ihn so gefragt, ey, wir werden zur Fuhle interessiert und so an seiner Geschichte und so. Der war auch richtig korrekter direkt. Geantwortet, ja. Ja, so nach 10 Minuten hat er Mimo geschickt. Heutzutage ist es einfacher, Fußballer zu werden. Müsste theoretisch sein. Eigentlich schon, ja. Viele Leute kommen ja immer zu dir und sagen so, wo siehst du dich in 5 Jahren? Boah, ich habe keine Ahnung. Warum machst du eigentlich diese Klatschen immer? Weil das das Say Less Zeichen ist. Weil wir reden nicht, wir machen einfach. Ah, okay. Und wir sind jetzt bei der 19. oder 20. 19. 19. Folge Say Less. Heute wieder hier in Frankfurt. Im Herzen der Stadt bei unseren Jungs von Bassplug, Mo und Luca. Auf jeden Fall erstmal nochmal danke, dass wir wieder hier aufnehmen dürfen. Auf jeden Fall immer ein schöner Support, immer schön, wenn wir hier sind und so in Frankfurt. Frankfurt, was jetzt auch die neue Base von Jack sein wird. Erzähl mal, Jack, wir haben ja immer erzählt, dass Frankfurt so deine Lieblingsstadt ist und so. Und jetzt hast du ja auch ein paar Neuigkeiten, was Frankfurt angeht. Was heißt Neuigkeiten, ja. Vielleicht willst du da ein paar Sachen droppen. Also ich wohne jetzt nicht fulltime hier, aber ich habe auf jeden Fall jetzt eine Wohnung hier gefunden, was auf jeden Fall Sinn macht, weil du weißt ja, wie oft ich hier die ganze Zeit bin und ich muss ja immer so wie ein bisschen so ein Flüschi hier immer beim Ohr schlafen. Deswegen jetzt ist es eigentlich perfekt für mich so eine Wohnung hier zu haben und es ist auch viel besser alles zu erreichen. Wenn man jetzt mal nach Dortmund, nach München, was auch immer so, alles je Umgebung. Verbindungen sind auch top am Flughafen. Ja, Bro. Also da hoffst du dir einfach, dass du hier einfach mehr Zeit hast. Das ist ja auch generell für uns gut, weil wir auch einfach nicht dann wieder über sieben Stunden gefühlt immer reisen müssen und so. CLS war auf jeden Fall auch ein Grund. Ja, jetzt sind wir ja ungefähr zwei Stunden immer, sag ich mal, also mit einem zwei Stunden Abstand voneinander entfernt. Davor, also Zürich, davor, also ab jetzt sind es zwei, davor waren es sechs. Sechs, ja. Sechs Stunden. Ja, und das halt nicht mal nur sechs Stunden, da war ja auch immer die Überlegung, macht man es? Ja. Wenn man jetzt Frankfurt ist, so ich bin jetzt gerade von, also aus Köln nach Frankfurt gefahren, da macht man es einfach, weil es zwei Stunden entfernt ist, das ist jetzt nicht so weit. Ja. Und das wird es auf jeden Fall sehr viel erleichtern, weil es ja gefühlt wie in derselben Stadt ist. Ich bin ja auch oft hier, sag ich jetzt mal, also öfters als in anderen Städten und deswegen wird das auf jeden Fall für unsere Sache auf jeden Fall eine gute Sache sein, finde ich. Hat auf jeden Fall auch einen Grund, so weswegen wir manchmal so inaktiv sind, weil wir einfach, manchmal ist diese Planung schon, so ist schon schwer, so. Ja, ist halt immer, also so ein Podcast, den ihr jetzt so seht, das ist wie so ein Kleinurlaub eigentlich, also man muss sich auf jeden Fall gut planen, man muss sehr viel Zeit freischeffeln, vor allem egal wie aktiv man ist in seinen Arbeitssachen, weil natürlich ist das jetzt noch nicht wie jetzt die anderen Sachen, wenn man jetzt bei mir jetzt mit der Marco oder wie auch immer oder bei dir mit den Videos und so, das ist ja nochmal ein anderes Standbein, sag ich jetzt mal. Und dafür muss man halt einfach Zeit freischeffeln und die hat man dann halt auch nicht immer, egal wie stressig es ist und so, aber wir wollen uns die Zeit auch nehmen, damit wir immer aktiver sind und natürlich unserem Ziel auch immer näher kommen. Und ja, ich finde auf jeden Fall, das ist eine geile Sache, deswegen Glückwunsch erstmal nochmal zu dieser Wohnung und auf eine schöne Zukunft dort. Danke. Und ja, auf jeden Fall waren wir ja heute, wir sind jetzt in Frankfurt, wir haben heute ein bisschen Paddel gespielt, das seht ihr vielleicht an Jack seiner Hand. Ich habe nicht richtig mitgespielt, aber Jack, du kannst ja ein bisschen erzählen von eurem Paddel-Wettkampf, was ihr da gehabt habt. Boah, Paddel, also jeder von den Zuhörern, der Paddel schon mal gespielt hat, der wird mich jetzt full verstehen und jeder, der es noch nie gespielt hat, der denkt sich jetzt so, was ist das für ein komischer Mensch. Ja, ja. Weil Paddel ist so eine Sportart, so wenn man das jetzt vielleicht so auf Videos guckt und so, man denkt so, ja, ist okay, so keine Ahnung, wie Tennis oder was auch immer, aber sobald man es einmal gespielt hat, Bro, man verliebt sich direkt. Ich schwöre mit jedem, ich habe jedem gesagt, auch so meinen Jungs in der Schweiz und so, Jungs, lass einmal spielen gehen, ich schwöre, ihr werdet euch verlieben, wie Fußball. Klar, ist ein bisschen extrem, aber es ist wirklich so. Und ich war dann einmal mit denen spielen, Bro, ich schwöre direkt, die haben gesagt, Bro, lass nochmal eine Stunde buchen, lass nächste Woche wieder. Boah, das ist krass, was du gesagt hast. Glaubst du, wenn man jetzt in unserem Alter, weil Paddel ist ja so eine Sportart, keiner konnte es vorher. Ja. Weißt du? Also es war einfach nicht populär, ja. Nee, aber nicht mal kannte es, sondern konnte es. Okay. Also keiner konnte Paddel spielen vorher. Glaubst du, wenn wir jetzt, sage ich mal, jetzt alle in der Vergangenheit Boxen hätten und wir jetzt zum ersten Mal wieder Fußball spielen würden, so wie wir jetzt heute Paddel gespielt haben oder wie ich heute Paddel gespielt hätte, glaubst du, man würde sich in den Fußball auch so verlieben? Ja, schwer, Bro, weil ich finde, Fußball ist so etwas, du musst mit dem aufwachsen. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt nie Fußball gespielt hast und heute mal kicken gehst, du wirst es nicht direkt in den Sport verlieben. Ja, vor allem. Ich habe keine Ahnung, aber nach einer Stunde schon, wenn du so drin bist, du checkst langsam so, weißt du? Ja, also ich habe heute nur, lass mich nicht lügen, 20 Minuten habe ich noch ein bisschen gespielt und ich hatte da schon auf jeden Fall Bock, auch noch länger zu spielen. Ich hätte da locker noch mal eine Stunde gespielt. Ihr habt ja vorher mit Mo als Team Europa gegen Shako und Omar als Team Afrika gespielt. Wie viel ist das ausgegangen? Ich habe nur am Ende gesehen, wer hat gewonnen? Boah, ich sage dir ehrlich, die haben gewonnen, aber Bro, war Quatsch. Warum? Ja, Bro, weil es ist so ein bisschen, Omar ist gut, ich bin gut, weil wir halt auch viel gespielt haben. Und Mo war in meinem Team, er war auch gut, muss ich sagen. Und Shako war in Omas Team. Und also das Ding ist halt so, Mo und Shako sind so mäßig so ein bisschen ähnliche Level. Mo ist ein bisschen besser. Ja. Und dann haben die eigentlich, weil es ist ja, du spielst ja zwei gegen zwei. Ja. Und das ist dann so schwer zu vergleichen, wer besser ist, weißt du, wie ich meine? Weil alle auf einem anderen Level sind. Mhm. Aber dann hat so mäßig Omar immer auf Mo gespielt. Mhm. Weil er der Schlechter war. Ja, genau. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar, ist halt so. Aber wenn man irgendwann auf so einem Leistungslevel ist, wo jeder gleich ungefähr ist. Ja, dann ist krass. Dann wird, glaube ich, geistert. Ja, dann ist krass. Also ich glaube, so in einem Jahr könnten wir mal irgendwann so ein Paddel-Zenier organisieren. Ich schwöre. Boah, das wäre immer eine krasse Idee, ne? Einfach mal so ein, eigentlich da ist es perfekt. Da war eine super, eine krasse Anlage, muss ich auch sagen, so in Frankfurt. Da war so ein Indoor-Fußballplatz, also so eine normale Soccerhalle. Dann waren da so Paddelfelder. Dann war da noch so ein draußen, das hat mir so Favela-Vibes gegeben. Ja. So mit großen Toren, einfach mit so einem Kunstrasen, wo man aufgespielt hat. Das war ja 21 Uhr mit Lichtern und so. Also schon geil. Also ich muss sagen, Paddel ist auf jeden Fall so eine Sportart, die auf jeden Fall Bock macht. Und ich finde so, ich bin so ein Mensch, dadurch, dass wir alle so mit dem Fußball aufgewachsen sind, man kann es ja irgendwann. Weißt du, irgendwann bist du auf einem Level, so wenn du dich jetzt, der Rest ist dann eigentlich nur noch Fitness und was auch immer. Um es dann nach ganz oben zu schaffen. Und natürlich auch dann wieder Talent und so. Aber bis zu einem Level kann man es ja auf jeden Fall. Egal wer jetzt, also sage ich jetzt mal, sogar ein Kreisligaspieler. Und ich finde halt immer krass, wenn du so Sportarten machst, wo du dich halt komplett alle Sachen neu lernen musst. Weißt du, so ich bin, ich fand das halt immer so schwierig. So, weil wenn ich, ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich nicht der Beste in meinem Sport sein kann, dann mag ich den Sport eigentlich nicht. Weißt du, was ich meine? So, weil ich halt mit dem Fußball aufgewachsen bin. Nee. Egal mit wem ich dann spiele, ich habe trotzdem dieses Selbstvertrauen, dann irgendwann vielleicht auch gegen ihn zu spielen oder wie auch immer. Also du hast einfach, du willst auch mit den Besten messen. Aber so beim Paddel oder was auch immer, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen jetzt mit Boxen und so. Das ist halt so, ich komme da hin so wie ein Nerd, also wie ein Noob, meine ich. So wie einer, der nichts kann. So, ich bin zwar sportlich und so, aber ich stehe dann davor und ich kann diese ganzen Schritte gar nicht. Weil ich mir denke so, alter, krass und so. Das musst du halt machen, um Boxen zu wollen und so. Und ich finde halt so, bei neuen Sportarten, die machen halt dementsprechend auch noch mehr Spaß. Weil du jede Stunde neue Sachen lernst. Ja, auf jeden Fall. Aber bei dem Sport ist auch krass so, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass, also, diese Sportart kommt, glaube ich, von Spanien. Und in Spanien ist die auch richtig groß. Ja? Also, die großen Spieler, die machen da schon Millionen. Ach, krass. Also, ja. Also, es ist sozusagen in Spanien die zweite Sportart nach... Ja, Fußball und dann Paddel. Obwohl Basketball da ja auch groß ist, ne? Ja, aber Paddel ist zwei. Krass. Ist echt krass. Boah, hätte ich niemals gedacht. Boah. Und wenn du guckst, richtig viele Fußballer haben was mit Paddel zu tun, weil zum Beispiel ein Zlatan, der hat, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren schon x Hallen aufgemacht in Schweden. Okay. In Mailand. Dann ein Zidane hat auch Hallen überall. Ja, das ist krass, aber es kommen jetzt. Ja. Also, auch in Deutschland ist, glaube ich, ein Gefühl in jeder Stadt. Aber die haben das schon lange. Ja, ja. Diese Vision. Vision, genau. Aber es ist bestimmt, irgendjemand muss denen so einen Geheimtipp gegeben haben, weil vor vier, fünf Jahren kannte ich das auf gar keinen Fall. Ja, ja. Ich weiß... Die haben ja alle Spanische Dinge irgendwas zu einem Zidane. Hat ja in Spanien gespielt. Stimmt. Ja, ich habe das zum ersten Mal gesehen, als ich in Halberstadt gespielt habe, also im Osten. Da war so eine Paddelhalle bei uns auch auf dem Gelände, auf dem Sportgelände. Wir konnten da immer hingehen. Aber ich habe es nur einmal gespielt, weil wir da mit der Mannschaft hingegangen sind. Es hat halt schon Bock gemacht, aber es ist halt auch krass anstrengend. Also es ist so eine ganz andere Bewegungsablauf, weil du ja die ganze Zeit am Sprinten bist, dann stoppst du ab und so. Und dann musst du halt auch noch schlagen. Es ist halt anstrengend auf kurze Dinge. Also du hast halt... Kondition brauchst du eigentlich nicht. Es ist einfach immer diese kurze Sprints. Ja. Es ist halt so ähnlich wie so Football oder so. Football muss ja theoretisch auch keine Kondition, aber du musst halt die ganze Zeit höchste Spannung in so einer Zeitspanne geben. Also hervorbringen. Und so ist es halt ähnlich auch beim Paddeln. Aber okay, wir wollen jetzt nicht der nächste Paddel-Podcast werden. Aber das ist halt so ein Thema, worüber ich reden wollte, ist halt so, wenn man halt einfach in gewissen Sachen in der Gesellschaft eine Sache macht. Als Beispiel jetzt, du bist jetzt der beste Paddelspieler oder warum es jetzt diese Herleitung ist. Du bist der beste Fußballspieler. Du bist der beste Videograf. Du hast das krasste Unternehmen. Du bist bla bla bla. Dann wirst du meiner Meinung nach immer in der Gesellschaft so abgestempelt. Findest du das nicht traurig, dass jeder Mensch einen Titel haben muss? Weil ich finde das, ich habe mich das in letzter Zeit so oft gefragt, warum sieht man einen Menschen nicht einfach als den Menschen wegen seinen Charakterzügen oder was auch immer. Wie meinst du, mach mal ein Beispiel. Zum Beispiel, du könntest jetzt vor mir sitzen, Jack sein aus Wetzikon und ich weiß nichts über dich. Aber jetzt sitzt du vor mir und du bist Jack aus Wetzikon und hast Videos für C-Spieler gemacht, für Messi hast du Videos gemacht. Weißt du, also das weiß ich ja alles jetzt über dich. Das heißt, jetzt bist du automatisch für mich Jack der Videograf, der krasse Videograf. Du hast jetzt automatisch ein Branding. Und jeden neuen Menschen, den du kennenlernen wirst, über dein Instagram oder egal was, der wird wissen, was du machst. Und dadurch wird er dich entweder mehr oder weniger respektieren. Ach so, ja. Verstehst du, was ich meine? Aber warum muss jeder Mensch so eine Schablone haben, so wie bei diesem Spiel, wer bin ich? Kennst du das? Diese mit Zetteln. Genau, wo man so einen Zettel hat. Warum muss jeder Mensch so einen Zettel haben mit so der Überschrift von dem, was er macht? Also ist dir das noch nie aufgefallen, dass du schon mal unterbewusst irgendwie sowas gedacht hast? Ja, schon, aber so, was macht man halt? Keine Ahnung. Ich finde das halt einfach traurig. Aber wie würdest du dir sonst so Menschen merken können? Mit dem Namen einfach oder? Nee, ich würde mir gerne merken würden, also wollen, wenn ich sage, Jack der so und so ist. Der lieb ist oder? Ja, zum Beispiel. Mit deinen Charakterzügen, die du halt hast. Weißt du? Weil manche Menschen ruhen sich ja sozusagen sogar darauf aus. Die sagen, ey, ich bin Madhu, der das und das macht und deswegen muss ich jetzt vielleicht auch nicht mehr lieb sein. Ich bin Madhu, der das und das macht, deswegen kann ich jetzt auch vielleicht das nicht machen und dann was auch immer sein. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, weil du diese Schablone hast, veränderst du dich sozusagen sogar deinen Charakter dadurch. Verstehst du? Weil du von anderen Menschen dieses Branding bekommen hast, aber du gehst doch auch abends in dein Bett und schläfst, stehst auf, trinkst Wasser, was auch immer, isst, alles rum und dran. Aber das Einzige, was ja den anderen, also von dir unterscheiden sollte, sind ja deine Charaktereigenschaften, die dann wertvoll sind. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist so ein kleines Problem in der Gesellschaft, weil irgendwann kommt man so in so ein Alter, sage ich mal, und ich glaube, da sind jetzt auch viele, vielleicht die auch den Podcast gucken und so, die sich dann, die dann nach ihrer Identität suchen. Und das ist ja genau das. Du suchst deine Identität in dem Sinne, was du machst. Du hast auch Angst. Daher kommen ja auch diese ganzen, sage ich, diese ganzen Mental Issues, also diese ganzen mentalen Probleme, die ja, was ja gefühlt jetzt schon fast so ein Trend geworden ist. Also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie verharmlosen, dass mentale Probleme so ein Trend geworden sind oder was auch immer. Ah, Bro, das sage ich oft auch immer so. Die Welt ist viel zu soft geworden. Ja. Weißt du, so, du siehst im Internet, ah, wie heißt dieses englische Wort da nochmal? Anxiety. Anxiety. Genau, Bro, ich kann das nicht mehr. Ich auch nicht, ja, ich würde. Und ich glaube, in Amerika ist das ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. So, wenn du YouTubers guckst, jeder sagt irgendwie, der hat diese Anxiety. Du siehst auch immer irgendwie mindestens im Jahr drei Posts von denen, ey, ich kann jetzt gerade nichts mehr machen wegen Anxiety. So, und ich habe das Gefühl, dass so ein Trend geworden ist, jetzt auf jeden, jeder hat diese Anxiety. Das meinte ich ja gerade. Ja. Und ich kannte das Wort nicht. Nein. Irgendwann habe ich das Wort so oft gehört, ich habe es sogar gegoogelt. Nein. So, was heißt das eigentlich? So, und dann habe ich so geguckt und dann dachte ich so, okay, krass, kennt man dieses Gefühl eigentlich? Und ich dachte so, ey, ich hatte das Gefühl noch nie. Vielleicht hatte ich das mal, aber so, das war für mich so, okay, ich war kurz ein bisschen so am Strugglen oder wie auch immer. Aber das ist für mich keine. Das ist genau diese Thematik, wo Andrew Tate immer angesprochen hat. Ja. Ja. So, diese ganzen, klar, bro, es gibt ja schon so mentale Probleme, was auch immer. 100 Prozent, ja. Aber so, ich stehe morgens um sieben auf, gehe ins Gym und kann sein, dass deine Probleme wechseln. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist, also ich finde, dass man zu schnell die Lösung sucht. Ich habe jetzt, also dass man sagt, ich habe jetzt. Seine Probleme, ja, als, wie sagt man, Mentalität-Ding. Seine Probleme als, als Krankheit so mäßig. Ja, als Ausrede zu nutzen. Ja, genau. So, dass man sagt, oh mein Gott, ich bin jetzt gerade an diesem Punkt und so, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Okay, ich habe Anxiety. Ja. Weißt du, so dieses, okay, jetzt hast du Anxiety, jetzt gehst du zum Psychotherapeuten, jetzt behandle ich das so und bla 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 und wie auch immer. So, ich finde halt, es gibt so viele Wege, die man halt als Mensch eigentlich schon gar nicht mehr in Betracht zieht, bevor man sagt, dass man diese Probleme hat. Also jeder Mensch, der solche Probleme haben sollte, der sollte sich auf jeden Fall um seine Mental Health kümmern, also um seine Gedanken, um sein Wohlbefinden soll er sich auf jeden Fall kümmern. Und wenn er als Lösung findet, dass er das machen möchte, soll er es auch hundertprozentig machen. Aber ich finde, man vergisst halt vorher oft, dass man halt auch einfach Freunde haben muss oder Familie haben muss, mit denen man halt auch reden kann und vor denen man sich halt auch mal nackig machen kann und einfach keine Angst haben soll, was denkt er jetzt darüber. Weißt du, und das ist nämlich das Problem. Weil jeder Mensch ab einem gewissen Altergefühl denkt sich, okay, boah, wenn ich das jetzt dem Typen sage, wie reagiert er denn jetzt da drauf? Und wenn seine Reaktion am Ende des Tages nicht passt, dann fühlt er sich falsch verstanden und dann sitzt er da wieder alleine mit seinem Problem und so, dann, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es halt einfach traurig, dass jeder einfach zu dieser Softness gekommen ist und sagt, ja, okay, mir geht es halt scheiße und jetzt läuft das ganze Leben halt so. Das ist ja so ein Trott, wo du im Selbstmitleid versinkst und nie wieder nach vorne kommst, weißt du? Ja. Also, ich finde jetzt vor allem ab so unserem Alter, finde ich, ist es halt extrem geworden. Also, man hört das eigentlich überall. Soziale Medien sind full damit. Und jetzt ist ja auch noch vor kurzem passiert, hast du ja eben gesagt, irgendwie, dass da ein Spieler von Nizza, Ja, der wollte von der Brücke springen. Was wollte der? Von der Brücke springen. Boah. Und warum? Also, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ich habe irgendwie gelesen, dass er, ich glaube, die Freundin hat Schluss gemacht oder so. Boah. Das ist schon hart, ja. Also, seine Freundin hat Schluss gemacht und der wollte von der Brücke springen. Ich glaube, ja. Das ist halt auch so krass, wie, also ich will jetzt auch gar nicht zu tief da jetzt auch reingehen, weil ich bin jetzt kein Psychotherapeut oder so. Aber was für ein Ausmaß so Freundinnen und so haben können. Ja. Also, glaubst du, dir könnte das mal passieren? Mir? Ja. Ah, nee. Nee. Also, du musst dich ja so krass abhängig von einer Person machen, dass du sagst, ohne sie oder ohne diese Person ist dein Leben nichts wert. Aber ich glaube, so bei einem Fußballer kann das schon so schnell passieren, weißt du, wie ich meine? Warum? Weil, Bro, die sind ja so unter Druck und viele, die gehen ja in ein Land, die Familie kann ja manchmal nicht mitgehen. So, dann die einzige Person, die die haben, ist vielleicht eine Freundin oder vielleicht ein Kollegen oder so. Dann hast du die Freundin und du bist mit der, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre zusammen und dann macht die Schluss. Oder geht fremd, was auch immer. So, weißt du, wie ich meine, Bro? Ich kann das auch schon verstehen. Vor allem, wir stellen ja auch immer den Jungs die Frage, wenn wir mit denen einen Podcast machen, also mit unseren Gästen, was du so auch so schlechte, also dunkle Seiten von dem ganzen Business sind und das sind ja auch viele Themen, die dann ansprechen mit dem Druck und so, dass es halt immer schwerer ist, damit auch umzugehen und dass es nicht normal ist, was für einen Druck du da jeden Tag hast. Und ich finde halt trotzdem ist es schon krass, dass du jetzt am Ende des Tages dich dazu bringst oder dich dazu entscheidest, Selbstmord zu begehen. Ist er denn gesprungen oder? Nee, 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 nee. Also, der wurde gepfettet? Ja, ja. Von wem? Also, ich habe nur Bilder gesehen, dass so Krankenwagen und so da waren. Boah. Überleg mal, Alter. Na. Das ist so krass, also wenn du überlegst, so, was so eine Person mit dir verändern kann. Also, ob positiv oder negativ, in welche ganzen Richtungen das geht und überleg mal, das sind so für jeden normalen Menschen, der denkt sich, Digga, das ist ein Fußballprofi, der verdient Millionen im Jahr, der müsste doch niemals Probleme im Leben haben und so. Weißt du, was ich meine? Geld ist nicht alles, ja. Ja, aber das verstehen die Leute. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt 100 Prozent nachvollziehen kann oder so, so, aber das versteht ja keiner. Du kannst ihm nie dieses Wort, diesen Satz, Geld ist nicht alles oder nicht alles ist Gold, was glänzt und so. Das hört man ja jeden Tag, weißt du? Aber Geld hält halt nicht deine Probleme, das hört ja jeder. Und dann hören das Leute, die dann sozusagen kein Geld haben, wo deren Traum ist, Geld zu haben. Die werden dir dann sagen, Junge, was redest du und so, bla, bla, du machst jetzt damit ihren Traum kaputt, so, weißt du? Aber ich finde das schon heftig, wenn man überlegt, in was für Situationen diese Menschen kommen. Und wenn du keine Risiken im Leben eingehst oder in Situationen bist, die nicht normal sind, da verdienst du auch nicht so viel Geld, weil sonst wäre es ja normal. Weißt du, was ich meine? So, für manche Sachen brauchst du ein Studium, für manche Sachen musst du halt 16 Jahre lang, gefühlt ohne Geld zu verdienen, einem Traum hinterherjagen mit der Prozentquote von 0,0, wie hoch ist der Prozentsatz? 0,0001, dass du überhaupt mit bezahlten Fußball kommst. So, und jetzt überleg mal, du bist jetzt da und dann passiert sowas und jetzt gibst du deine ganze Karriere auf. Das ist ja, das ist schon krass. Aber ich finde, ich habe auch in letzter Zeit auch richtig bemerkt, dass so die Jugend von heute, also wir hatten ja so früher alle den Traum, Fußballprofi zu werden. Ist es immer noch so? Ich finde es irgendwie nicht mehr. Ich bekomme das nicht so mit. Ja, Bro, ich bin jetzt nicht im Kindergarten, frag da mal nach. Ja, aber ich meine, man bekommt das ja schon so mit in dem Sinne von wegen... Bro, ich habe das Gefühl, viele Kids wollen heutzutage diese Streamer und so werden. Ja, das meine ich. Ja. Zu 100 Prozent. Also das ist so, wenn du jetzt damals in der Schule jemanden gefragt hättest... Streamer, YouTuber. Ja. Ja. Aber ich finde das so krass. Also ich check jetzt auch, warum damals so jeder Fußballer werden wollte. Weil man nur da das Geld gesehen hat? Ja, safe. Ja, Bro, aber wenn man jung ist... Bro, zum Beispiel, ich wollte immer Fußballer werden, aber das Geld war jetzt nicht wirklich ein Faktor. Ja, Bro, 100 Prozent, aber... Aber vielleicht insgeheim. Ja, so, wollte ich gerade sagen. So, ohne dass du es gerade so... Wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel jetzt, als Beispiel jetzt. Du kommst jetzt aus der Schweiz. Ja. In der Schweiz ist Fußball nicht mal der größte Sport. Ja. Da ist ja Skifahren und etc. nochmal viel krasser. Ja. So, und jetzt bist du in der Schweiz und wächst da auf und jedes Jahr gehst du Skifahren. So, normalerweise von der, wie sehr du einen Sport feiern müsstest, alleine wie zugänglich dieser Sport für dich ist, ist es ja theoretisch so dieser Wintersport. So, dann gibt es ja noch Fußball natürlich als zweitgrößte Sportart. Ja, aber ist jetzt schwer zu sagen, ob Ski oder Fußball, weil, Bro, Ski kannst ja nur im Winter, so, weißt du. Ja, safe, aber ich meine so allein von der Zugänglichkeit. So, in Deutschland ist so, Deutschland ist ein Fußballland. Ja. So, egal, alles, was du machst, dreht sich um Fußball. Ja. Da finde ich es sogar noch weniger, so, dass es dann irgendwie so um Geld geht. Da geht es ja vor allem um alles, so, vor allem um, so, wie du den Fußball guckst. Du guckst 90 Minuten, du bist Fan von einem Fußballverein und so. Jeder Spieler ist so dein Lieblingsspieler. Das ist halt das Krasse, was du sein kannst. Aber trotzdem weiß man, trotzdem weiß man, dass im Fußball am meisten Geld verdient wird. Ja. Wir haben letztens noch im Podcast mit Iso darüber geredet, was feiern die Leute in Monaco? Ja. Formel 1. So, weil die Leute da sozusagen das meiste Geld, sage ich mal, verdienen, weil da die größten Stars, die Formel 1-Fahrer sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder andere Leute. Und deswegen sieht man schon... Aber das heißt, heutzutage ist es einfacher, Fußballer zu werden? Müsste theoretisch sein. Eigentlich schon, ja. Weil die, ich glaube, es gibt auch Safe-Studien, ich habe die jetzt nicht hier und ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen, aber Safe-Studien oder Statistiken, wie viel weniger Leute mit Fußball anfangen. Ja. Das Safe, 100%. Oder mit Sport generell. Mhm. Also die Welt wird immer unsportlicher und unsportlicher, sage ich mal, durch dieses YouTube-Ding. Weil die Leute so Vorbilder haben wie ein Kai Sinet. Ja. Die haben Vorbilder wie jetzt im deutschen Raum. Speed. Ja. Im deutschen Raum haben die jetzt, sage ich mal, so diese Edi und etc. Die Jungs, diese Streamer, etc. Mhm. Die haben noch die Speed, hast du ja eben selber gesagt. Und die nehmen ja Leute so extrem mit, weil die alles aus ihrem Leben zeigen. Mhm. Die unterhalten Menschen für acht, neun Stunden, manche sogar 24 Stunden. So, es gab jetzt vor kurzem so einen Stream von Offset. Das ist ein gutes Thema, ja. Ja. Von Offset, wo der, sorry, von Kai Sinet mit Offset, wo der da sein Album oder sein Lied gepromotet hat, wo die 24 Stunden lang gestreamt haben und Leute haben sich das 24 Stunden lang gegeben. Ja. Aber das Lied war auch krass, ne? Ja, das Lied war krass. Krass. 100 Prozent. Aber Bro, erzähl mir jetzt, welcher Fußballfan würde sich 24 Stunden lang ein Training angucken. Ja. Oder ein Spiel angucken. Aber Bro, das finde ich auch krass, so heutzutage. Bro, wenn du überlegst, wie viele Leute allgemein so in diesen Streams sind. Ja. Überleg mal jetzt, wenn ein Kai Sinet streamt, wie viele Zuschauer hat der? 100.000? Ja, also die haben ja immer so, wie viele so über den ganzen Zeitraum da drin waren. Ja, sagen wir jetzt mal 100.000. Ja. Und sagen wir, der streamt jetzt acht Stunden. Ja. Bro, wie lange ging die neue Topboy-Serie? Staffel, sorry. Auch etwa acht Stunden, oder? Weniger, Bro. Weniger. Sechs Folgen? Sechs Stunden etwa. Ja, sechs Stunden, wenn überhaupt, ja. Wie viel Aufwand waren diese sechs Folgen? Ja. Sagen wir mal wahrscheinlich etwa ein Jahr. Bro, wir können das ja sogar in Geld rechnen. Ja, in Geld kannst du, Bro. Wie viel Geld musst du Netflix investieren oder investieren für diese Topboy-Serie? Ja, deswegen... Wie viel Geld hat Kai Sinet jetzt investiert für diese 100.000 Zuschauer in seinem Twitch oder Kick, was auch immer, Stream? Ja, aber dann frage ich mich, wie rendiert sich Netflix, Bro? Die haben wahrscheinlich noch größere... Weil, Bro, du musst ja überlegen, wenn so viel Aufmerksamkeit spanne, in das ganze Twitch, und das ist ja jeden Tag, das ist ja nicht so, dass es einmal im Jahr ist, oder? Ja. Und dann streamt der zehn Stunden, dann der 15, dann 24, dann macht der eine Woche Stream. Kai Sinet hat ja mal einen Monat für... Ja, Sabaton oder so. Sabaton gemacht, Bro. Wo bleibt denn denn noch die Aufmerksamkeit für Netflix und so? Deswegen sagt man doch, dass Netflix und so jetzt gerade vor dem Aussterben bedroht ist. Ja. Bedroht sind diese ganzen Plattformen mit Long-Term-Content. Die sind ja alle vor dem Aussterben bedroht. Ja. Weil es einfach diese Varianten gibt mit Short-Term-Content. Fernseher kommt ja noch schlechter an. Also Fernseher ist, glaube ich, gar keine Variante mehr. So hätten, das Einzige, was in Deutschland halt so ist, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz so ist, aber das wirst du jetzt auf jeden Fall sehen, wenn du jetzt nach Deutschland ziehst, du wirst alle drei Monate 52 Euro überweisen müssen. Ja? Ja, das sind mal Rundfunkgebühren. Also sogar, wenn du keinen Fernseher hast und nie ARD einschaltest, wirst du jedes Quartal 52,50 Euro überweisen. Für ARD, ZDF und was auch immer. Auch wenn ich keinen Fernseher habe? Egal. Du hast eine Wohnung und zahlst Rundfunkgebühren. Fertig. Das heißt also, diesen Zugang hast du automatisch. Du hast halt einen Satellit oder was auch immer, den hast du, weil du in Deutschland lebst oder in Deutschland eine Wohnung hast, musst du das bezahlen. Ja. So und das rettet die sozusagen, weil die sozusagen vom Staat gefördert werden und so was auch immer, diese Sender. Aber so Super-RTL oder was auch immer. Ja gut, mit dem bin ich schon aufgewachsen. Wir safe, Bro. Aber jetzt die Kinder von heute, die leben mit YouTube, die wachsen mit YouTube. Ich bin aufgewachsen mit so Togolino. So zum Beispiel, hier Super-RTL mit Zauberer von Waverly Place. Von da kenne ich Celina Gomez. So, weißt du was ich meine? Mit Hotel Sekten Cody. So, verstehst du was ich meine? Was gab es noch für krasse Serien damals bei Super-RTL? Also Hotel Sekten Cody war auf jeden Fall mein Favorite. Muss ich schon sagen. Und ich finde auch krass immer bei TikTok diese Theorien über diese Serien von damals. Hotel Sekten Cody, Zauberer von Waverly Place. Aufmerksamkeit ist halt auch noch gut für Ding. Also so Ding bleibt ja halt. Das Ganze mit Sport. Es wird aber einfach immer schlimmer. Was meinst du? Wenn du heutzutage La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, Bundesliga gucken willst, brauchst du etwa vier Abonnements. Bro, das ist schlimm geworden. Bro. Und dann zahlst du etwa 100 im Monat. Damals gab es irgendwie so Sky, die hatten alles. Davor gab es diese Premiere und so. Die hatten dann alles. Da siehst du ja einfach, wie viel Business jetzt in diesem Fußball auch läuft und so. Aber weißt du, was ich glaube? Ich sage, in zwei Jahren wird alles Apple übernehmen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ich glaube, den ersten Schritt, den die jetzt gemacht haben, ist jetzt mit der MLS. Also Bro, was da abging, das war geisteskrank. Das kann ich dir in der ersten Hand sagen. Wie viel Zugang die hatten. Bro. Bro, ich will nicht wissen, was die bezahlt haben. Also sagst du, Apple wird das ganze Ding kaufen. 100%. Also MLS gehört ja sowieso schon denen. Ja, ja. Und Messis Gehalt ist ja auch schon abhängig von Apple. Von Apple, ja. Umso mehr diese Dinge subscriben, umso mehr Geld macht er eigentlich. Und Bro, der Plan ist 100% Europa. Weil Bro, Fußball ist Europa so. Also sagst du, irgendwann wird diese Champions League, sage ich mal. Ich sage auf jeden Fall Champions League, wenn die als erstes machen. Ja. Also weil das ja das Interessanteste, was es auf der Welt gibt. Ja. Über Apple TV. 100%. Bro, Bro, wenn die das hinbekommen. Aber Bro, wer sonst? Nee, wer sonst? Hast du safe recht? Ich will jetzt auch gar nicht dagegen sagen. Ja. Wenn du sagst, das ist in den nächsten ein, zwei Jahren, sage ich, glaube ich, noch schwierig. Ja, Bro, wenn du so unternehmerisch guckst, Bro, warum sollten die jetzt nur MLS nehmen? Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, MLS ist einfach so für dich diese Pilotenphase. Pilotenphase heißt ja so, dass du das sozusagen testest. Ja, genau. Und über dieses MLS werden die dann checken, okay, so und so wird es laufen. Dann kommt der erste Schritt irgendwo in Europa, vielleicht eine kleinere Liga. Ja. Vielleicht Saudi, könnte auch sein. Boah, ich glaube nicht, dass die, ich sage Saudi als erstes. Ja. Wobei ich sogar sage, Saudi würde das nicht machen, weil die. Zu viel Stolz haben. Ja, und die Unternehmen einfach auch zu groß sind. Ja. So, und ich glaube, dann werden die, ich glaube, die würden direkt reinkrachen. Kann aber auch sein, dass Apple einfach der Sohn kauft oder so. Und dann alle Verträge übernehmen, so mäßig. Ja, dann müssen die halt alle verkaufen, alle kaufen. Ja. Dann müssen Apple sozusagen besorgen. Aber wie gesagt, ich sage, in den nächsten fünf Jahren, es wird alles. Bro, du musst nur noch Apple TV Abonnement haben. Ja. FUFI im Monat und dann kannst du alles gucken. Dann werden die es auch schön teuer machen. Ja, weil die haben alles in der Hand. Aber es lohnt sich dann halt am Ende des Tages. Ich zahle lieber mit dem FUFI im Monat und habe ein Abonnement als 75 Euro. Und ich habe vier Abonnements und kann dann bei dem einen dann Spanische Liga und Serie A gucken. Bei dem anderen kann ich Sonntags Bundesliga gucken und Freitags. Bei dem anderen kann ich Samstags Konferenz gucken. Digga, so. Bro, das ist schlimm geworden. Bro, ich will Bundesliga gucken. Ich weiß nicht, wie. So, ich weiß nicht. Okay, muss ich jetzt Sky holen? Ich weiß nicht, muss ich jetzt Dazon holen? Ich muss jetzt auf fünf Seiten gucken und dann ist es schon um 15.45 Uhr. Bro, überleg mal. Ich habe Sky-Abonnement. Ich freue mich. Bro, heute Dortmund spielt gegen Bayern. Ich schalte ein, Bro. Einfach auf Italienisch. Ja. Bro, ich kann nicht mal ändern. Ja. So, und Bro, dann merkst du erst mal, wie wichtig ein Kommentator ist. Ja. Ja. Weil, Bro, wenn alles auf Italienisch ist, Bro, das Spiel juckt dich mäßig gar nicht. Ja, das stimmt. Wir haben heute ein Spiel geguckt auf Arabisch. Wie fandest du es? Ja gut, das Spiel hat mich sowieso nicht gejuckt. Okay. Aber ich finde schon... Aber dieser Kommentator macht so viel aus. Ja. Hast du schon mal ein Spiel geguckt ohne Kommentator? Hast du schon mal ein Spiel geguckt mit einem richtig schlechten Kommentator? Ja, Bro, das... Das ist noch viel schlimmer. Es gab doch einmal hier bei... Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Bro, ich weiß noch einmal... Ding. Ich glaube, Länderspiel war eine Frau. Bro, ich schwöre, jeder Satz war einfach alles falsch. Das war auch überall auf TikTok und so. Nein, das war nicht Länderspiel. Ich weiß nicht, was das war. Champions League. Champions League Finale, Bro. Echt? War das letztes Jahr? Letztes Jahr. Inter gegen... Man City. Inter gegen City. Da war auf einem Sender in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es ZDF oder ARD war. Ich weiß nicht mehr. Oder ob es Sky war. Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war ZDF oder was auch immer. Und da hat eine Frau kommentiert. Ja. Und die hat Namen falsch gesagt. Nicht die Aussprache. Ja. Sondern so... Der Trainer von Inter Mailand. Ja. Und hat dann einen Namen gesagt. Ich weiß nicht, wer das war. Ja. Also richtig falsch. Das gar keinen Sinn ergibt. Ja. Ist gerade außer sich, weil Manchester City auf Zeit spielt. Und da haben die so Guardiola im Fernseher gezeigt. So, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja. Du bist gerade Kommentator von dem Champions-League-Finale. Das muss die größte Ehre sein. Und du repräsentierst jetzt jede Frau in Deutschland, die sich irgendwie für Fußball interessiert. Weil die werden sagen, oh mein Gott, ey, da ist eine Frau. Und Frauen haben eh einen schweren Stand, vor allem im Fußball. Ja. Was jetzt FIFA jetzt zum Beispiel auch nicht besser gemacht hat. Dadurch, dass die jetzt Frauen in ein Ultimate-Team reingetan haben oder was die auch immer alles versuchen. Das habe ich gestern mitbekommen. Wie kann sowas sein? Ja. Ja, das ist halt... Also ich finde es schon gut so. Aber muss man jetzt... Also ich kenne mich ja gar nicht mit FIFA aus und so. Aber muss man jetzt mit einer Frau spielen oder ist das... Nee, das ist jetzt einfach so, dass Frauen... Die Frauenmeisterschaften, also diese Bundesliga der Frauen und so, die sind jetzt auch alle im Ultimate-Team drin. Ja. Das heißt, du kannst jetzt... Du weißt ja, wenn du ein Pack opens, also ein Pack ziehst. Ja. Und da steht dann zum Beispiel Paris. Ja. Stürmer. Ja. Und dann kommt Frankreich. Dann kommt eine Frau. Dann denkst du, das ist Mbappé. Ja. Also das ist ja eigentlich Mbappé. Und du bist am Ausrasten. Aber es gibt genau diese Karte, aber auch als Frau. Und du fuckst dich dann halt ab. Weißt du, was ich meine? Und die sind dann gleich gut wie Männer? Ja, die sind halt... Du kannst sie genauso spielen wie Männer. Aber die Daten sind natürlich, glaube ich, nicht so krass. Aber weißt du, was die halt schlau damit machen? Hm? So, du lernst die Namen dann kennen. Du interessierst dich automatisch für den Frauenfußball und so. Klar. Ich finde das schon gut. Also ich finde, das gehört zum Laufe der Zeit. Aber was heißt gut? Ich finde, das ist ein bisschen aufgezwungen so. Ja, Bro. Also was Frauenfußball angeht, ist alles aufgezwungen. Aber kann man wenigstens diese Dinge ausschalten? Oder spielt jeder mit einer Frau dann? Du kannst auch ein komplettes Frauenteam haben. Du kannst nicht aussuchen. Du spielst ja online. Aber kannst du jetzt auch nur Männerteams machen? Ja, ja, klar. Okay. Aber manchmal ist es halt besser wegen dieser Teamchemie und so. Es ist halt nochmal ein bisschen tricky und so. Ja, siehst du, das ist aufgezwungen. Ja, es ist aufgezwungen. Aber ich sage ja generell, also der Frauenfußball zwingt dich generell auf. Der wird von der Gesellschaft aufgezwungen, der wird von Leuten aufgezwungen, die vielleicht auch wenige Ahnung haben davon und so. Ich finde, Frauenfußball hat seine Daseinsberechtigung 100 Prozent. Ja. Zu 1000 Prozent. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, Bro, safe. Ich würde sogar feiern, wenn am Ende des Tages es heißt. Frauenfußball ist an den Punkt gelangt, wo man sagen kann, es kann mit dem Männerfußball konkurrieren, sage ich jetzt mal. Also vom Entertainment her. Weißt du, das würde mich auch freuen. Ja. Aber da müssten sozusagen halt nicht die Frauen nur rumheulen, sondern einfach auch mal Initiative ergreifen. Also da müssten auch mal Frauen Spiele gucken gehen. Erstmal das zum Beispiel. So, weißt du, die Frauen, die sagen, ey, das muss doch gleich bezahlt werden. Die sollen dann jetzt ins Stadion gehen und die ganzen Namen lernen, so wie die Männer es gemacht haben. Die 20 Jahre lang auch einen Traum hatten, Fußballprofi zu werden und dann nicht Fußballprofi geworden sind, aber sich trotzdem dem Fußball gewidmet haben. Weißt du, das muss jetzt auch bei den Frauen passieren. Das heißt, theoretisch müsste es auch einen Verband geben und nicht nur der DFB, da müsste es auf jeden Fall so eine Delegierung geben, also nochmal so ein innerer Verband, wo es um Frauenfußball geht und die müssten das halt anfangen zu pushen. So, die kriegen es beim Kampfsport auch irgendwie hin, weißt du, die Sachen so vernünftig zu promoten, warum kriegen die es beim Fußball nicht hin? Dann versuch es irgendwie durch irgendwelche Sachen. Kann ja jetzt nicht sein, dass jetzt Frauenfußball nur interessant wird, weil Frauenfußballerinnen auf einmal jetzt ganz kurze Hosen anziehen, ja, oder dann nur auf ihr Äußeres dargestellt werden. Natürlich, das Auge ist immer mit so, ist ja auch beim Männern Fußballern so, dass man sagt, ey, der Typ sieht so gut aus und so, deswegen gucke ich mir jetzt das Spiel an, deswegen gucken da manchmal sogar Frauenfußball, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, Frauenfußball hat noch sehr viel Potenzial und wenn die richtigen Leute dafür auch mal was machen würden, dann kann das auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. So, safe. Auf jeden Fall, aber ich sage mal, es fängt da an, dass sich einfach Frauen auch für Fußball interessieren müssen. Ich meine die Allgemeinheit, so wie bei Männern. Ja, ist auch so. Weil von wo die Aufmerksamkeit ist, ist das Geld. Siehst du ja gerade, wir haben ja dasselbe Beispiel gerade gehabt mit YouTube und was das Ziel ist von dem kleinen Jungen, was er am Ende des Tages haben möchte. Du hast jetzt Twitch, du kannst aber auch jetzt auch haben ein, keine Ahnung was für ein Thema, was jetzt aber nur eine Nische betrifft, der wird niemals dasselbe Geld verdienen, weil er die Aufmerksamkeit nicht bekommt, weil er die Leute nicht entertainen kann. So, weißt du? Und ich glaube, um das abzuschließen, ist halt das Frauenthema, die Frauen müssten anfangen das zu wollen, ohne zu sagen, ihr Männer müsst das machen. Verstehst du, was ich meine? Auf sich selber nehmen. Das ist ja immer diese Debatte, ihr Männer müssen uns jetzt das und das machen. Die Männer müssen weniger verdienen, damit die Frauen mehr verdienen können. Nein, Bruder. Die Frauen müssen sich jetzt dafür interessieren, damit die Frauen mehr verdienen können. Also du als Frau, wenn du so einen Kommentar schreibst oder wenn du irgendwelche Sachen denkst, dann interessier dich dafür. Weil wenn ich eine x-beliebige Frau, ich kann 10 Frauen auf der Straße fragen und ich sage dir jetzt mit allem, was ich habe, und ich frage die, nimm mir die Stamm-Elf von der deutschen Nationalmannschaft. Nur drei Spieler, drei. Ich will nur, Bruder, Stamm-Elf. Alle? Nur elf Spieler von der deutschen Nationalmannschaft. Bro, so. Also wenn ich dich jetzt frage, nimm mir elf Spieler von der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, okay. Würdest du wissen, oder? Frag mich jetzt nach elf Spielern von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Bro, aber ich sage mal, dann braucht man schon Fußballwissen so ein bisschen. Bro, du musst dich nur dafür interessieren. Ja. Okay, sagen wir sogar fünf Spieler. Okay, aber dann von zehn Frauen keine Weißes. Bruder, von zehn Frauen nicht, sagen wir, eine einzige Weiße, wenn du an einem guten Tag rausgehst. Ja, Bro, ich sage nicht mal eine. Kein sogar, okay, machen wir die Statistik so. Fünf Spielerinnen, Vor- und Nachname. Ja, okay, eine schafft das. Eine schafft das, ja. Höchstens. Ja. Und wenn es nicht irgendwann bei acht angekommen ist, dann wird es immer so bleiben. Ja. Weil von diesen acht müssen jetzt auch alle erst mal Bock haben, ins Stadion zu gehen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Müssen die Tickets erst mal kaufen und so. Müssen erst mal das Geld haben, um die Tickets zu kaufen, um wirklich Interesse zu haben. Und erst bei dieser Zahl acht wird sich das wirklich verändern. Mhm. Bei dem Fußball, bei dem deutschen, bei dem normalen Typen, sage ich jetzt mal, entweder interessiert dich gar nicht für Fußball, dann weiß er es nicht. Aber wenn ich zehn Männer frage in einem jungen Alter, sage ich mal, von 16 bis 35, da werden mir mindestens fünf die Antwort oder sieben die Antwort geben können. Mhm. Fünf Spieler, sogar mehr, Digga. Ja. Da kann ich sogar Frauen befragen, die wissen fünf Namen. Jeder kennt Thomas Müller, jeder kennt Marlon Neuer, jeder kennt Leroy Sané, jeder kennt Joshua Kimmich, jeder kennt Florian Wirth, jeder kennt Kai Harbert, jeder, so, weißt was ich meine? So, das ist nämlich, das ist einfach so. Aber wenn wir jetzt hier über dieses, wir sind jetzt ein bisschen auf. Warte, diese Dinge können wir auch noch ansprechen. Was? Wie hast du diese ganze Fußball-Challenge wahrgenommen, meine ich? Boah. Beziehungsweise die Leute, gut, wir haben krasses Feedback bekommen, gell? Also das Feedback macht mich auf jeden Fall sehr glücklich, so, sage ich, weil die Leute hat es auf jeden Fall so entertaint, sage ich, ist auch für uns eine neue Sache gewesen. War wirklich für mich auch extrem neu, weil als wir da vor Ort waren, war das für mich so ein Ding, das wird niemals rauskommen. Kann ich so ehrlich sagen. Ja. Weil. Also wir müssen ja auch sagen, wir sind da ohne Plan. Ja, genau. Also wir haben das wirklich ohne Konzept gemacht und das hat man auch währenddessen gemerkt, aber auf dem Video hat man es gar nicht gemerkt. Ja. Wo ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, ich musste selber so lachen und so. Obwohl wir alles selber auch bearbeitet haben, also mitbearbeitet haben und so und geguckt haben, wie irgendwelche, was auch immer, was wir machen. Man muss auch sagen, so eine, wir haben eine Challenge so rausgeschnitten. Ja. Und die hat eigentlich so ein bisschen Vibe gekillt. Ja, komplett. Also wir waren da wirklich so und ich habe mir wirklich gedacht so, boah, was wird das heute? Ich weiß genau, warte, erklär mal diese Übung, diese Challenge, was war das nochmal? Das war so ein Flugball. Der eine musste den annehmen auf der Luft. Genau, hinter der Torlinie. Hinter der Torlinie. Der eine, also der andere musste den am 16er sozusagen annehmen, in der Luft. Der andere musste den aus der Luft immer noch zurückspielen und dann der Abschluss. Das könnt ihr euch jetzt bei TikTok-Videos angucken. Das seht ihr bei sehr vielen Mannschaften, die das machen. Und das Ding war, das hat halt eigentlich auch nicht zur Challenge gepasst, weil man nie selber zuständig war für seinen eigenen Erfolg. Und das hat sozusagen diese Challenge gekillt. Aber wenn man das nächste Mal zu zwei gegen zwei macht, dann kann man das sozusagen machen. Stimmt, ja, aber Bro, trotzdem. Trotzdem ist die sehr schwer. Du weißt, du kannst diese Bälle zehnmal machen. Ja. So, dass alles schön perfekt klappt mit diesen zwei Pässe. Bro, da, wenn du jetzt nicht jeden Tag trainierst, Bro, das braucht schon... Bro, ich glaube auch bei diesen Fußball-Challenges, Bro, diese anderen Leute, die machen nicht alles One-Take, Bro. Bro, das kann nicht sein, Bruder. Weißt du, Schwein? Glaubst du, die machen das One-Take? Niemals. Ich weiß nicht. Die nehmen auf jeden Fall mehr Schüsse auf. Meinst du? Hey, Bruder, bei jeder anderen Fußball-Challenge die Bälle flattern in den Winkel und so. Wir hatten zwar auch einen guten Torwart dabei und so, aber bei jeder anderen Fußball-Challenge, der Bälle flattert, lad ein Tor hier, dies, das, irgendwo ein Winkel rein und so. Bam, bam, bam. So, bei uns, wir schießen eins vom Fünf, der andere eins vom Fünf, der andere Teil. Also wir müssen sagen, in dieser Challenge war bei allen Null von Fünf und wir hatten einen Profi dabei. Ja, stimmt. Ja, und so, weißt du, was ich meine? Das sind so Challenges, die waren, glaube ich, ein bisschen zu schwer auch. Man konnte sich da auch fast nur blamieren, sage ich jetzt mal. Stimmt. Aber nee, ich hoffe, ihr könnt ja auch unter dem Video schreiben. Wie das bei euch angekommen ist, das Fußball-Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht, werden wir in naher Zukunft auch wieder machen. Ja, also wir haben auf jeden Fall viele Pläne damit. Ja, also wir wollen auf jeden Fall gucken. Genau, generell auch, wir wissen ja noch nicht, wir sind immer offen auch für andere Formate, wir tauschen uns da auch immer aus, keine Ahnung. Also der Podcast wird natürlich immer bleiben. In was für einer Konstanz werden wir ja dann immer sehen, auf jeden Fall wird das immer unser Hauptthema sein. Aber dann nebenbei kann man immer gucken, ob wir geile Formate haben, die wir auch selber sehen, die wir selber feiern, dass wir die auch mal machen und so. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine geile Sache, damit wir da halt auch einfach vielseitig sind und vielfältig sind und nie langweilig so. Ich glaube, es ist auch für uns geil, wenn man dann auf einmal auf dem Platz ist oder keine Ahnung, vielleicht machen wir irgendwann so ein Paddel-Turnier, was auch immer. Keine Ahnung. Weißt du, das ist ja auch interessant, mal zu sehen, was da die Leute, keine Ahnung, interessiert so. Zum Glück habe ich ja die Challenge nicht verloren. Sam wird sich darum kümmern. Oder du. Aber wir werden den Schub verlosen. Der wird dann jetzt diese Woche auch rausgehen. Und ja, ich will noch ein Thema, auf jeden Fall muss ich mit dir noch besprechen. Ja. Und das ist jetzt die aktuelle Saison in der Bundesliga. Nee, sorry, es gibt noch zwei Themen. Aktuelle Saison in der Bundesliga. Verfolgst du das so richtig? Also ich gucke einfach mal so Highlights und so gucke ich immer. Okay. Vor allem so Leverkusen, Bayern, Dortmund. Ja. Frankfurt ein bisschen. Und was sagst du? So diesem Jahr generell? Boah, so wenn Leverkusen das so durchziehen kann, dann müssen die das gewinnen. Also es gibt ja so, es gibt diese Saison, sage ich mal, so drei Überraschungen. Einmal so Leverkusen generell, wie gut die Fußball spielen, ich bin ja häufiger dort im Stadion und so. Leipzig ist aber auch stark. Ja, Leipzig, aber die sind für mich nicht so eine Überraschung wie Leverkusen dieses Jahr. Ja. Dann gibt es Girassi. Da machen wir jetzt einzelne Spiele. Ja, genau. Girassi ist noch eine Überraschung. Und Boniface. Boniface. Habe ich noch eine Überraschung vergessen? Sané ist auch wieder krank, hä? Sané ist noch eine Überraschung, finde ich. Ich fange mir jetzt mal mit Leverkusen an. Bruder Leverkusen. Ich habe eh Sympathie für diesen Verein, sage ich jetzt mal, allein wegen Flo jetzt so. Also er ist sowieso für mich der beste Jugendspieler in Deutschland. Klar ist Musiala auch unfassbar stark. Ich mag auch diese Debatte irgendwie gar nicht so, wer ist besser von denen und bla bla bla. Musiala hatte ich alleine durchgesetzt. Also er hat allein seine Pluspunkte, alleine dadurch, dass er bei Bayern München Stammspieler ist, was auch hundertprozentig den Respekt bekommen sollte. Deswegen will ich auch gar nicht sagen, wer jetzt da, ich will jetzt gar nicht mit gar keiner in eine Debatte gehen. Ja, Flo war ja auch lange verletzt. Genau. Und dadurch finde ich, gibt es da nochmal für mich Punkte halt, weil er sich aus so einer Verletzung in so einem jungen Alter sozusagen auch wieder zurückgekämpft hat und jedem gezeigt hat, so egal was ihr sagt, so ich komme zurück und ich zeige es auch mal. Weißt du, in so einem Alter auch zu sagen oder in so einem Alter so diesen Einfluss auf eine Profimannschaft zu haben, die so stark ist, auf eine Profimannschaft zu haben, die so so stark ist, dass alles fast über dich läuft. Das war in den letzten Jahren nochmal krasser, aber dieses Jahr haben die ja nochmal super Spieler geholt, sage ich mal, ein Chakra für hinten, also hinter ihm, ein Boniface vor ihm, der auch eine geisteskranke Saison spielt, einen Hofmann noch geholt, der über Erfahrung nochmal kommt und so. Deswegen sage ich, die zwei auf jeden Fall für mich, das sind Spieler, die wird es in Deutschland lange nicht mehr geben. Aber die müssen auf jeden Fall das mal durchziehen, ne? Das war ja sonst immer das Problem von denen, ne? Ja, aber ich bin gespannt, ich glaube, die sind... Aber die haben ein krasses Team auf jeden Fall, also vor allem auch Mittelfeld. Krasser Trainer. Trainer auch krass, ne? Man sieht auch richtig seine Handschrift da drunter, so bei Xabi Alonso, das ist so, ich schwöre es dir, so Xhaka ist für mich Xabi Alonso. Ja. Also das, was Xhaka macht, ich glaube, Xabi Alonso ist einfach genau diese Person und hat gesagt, hier, mach das, was ich dir jetzt sage. Natürlich hat Xhaka schon seine Erfahrungen und ist selber krass und so, deswegen kann er es auch überhaupt machen. Mach das, was ich dir jetzt sage und du bist jetzt dieses Puzzleteil, was ich jetzt gerne sein wollen würde, in dieser Mannschaft, weißt du? Ne. Und dann hast du halt so Spieler, Digga, das ist so ein Boniface, Digga, ich gucke diese Spiele manchmal, also jedes Spiel fast und ich denke mir so, boah, was ist das für ein Baller, Digga? Der ist groß, breit, schnell, Technik, der schießt überall, der hat Spielwitz, der kann Fußball spielen, der läuft, alles. Xabi Alonso, das ist geisteskrank. Ne. Aber Girassi, kanntest du ihn vorher? Ne, ich kannte ihn nicht. Gar nicht? Ne. Boah. Wo hat er davor gespielt? Also der hat früher in Rennes gespielt, dann ist er zu Köln gekommen, hat nicht so wirklich performt, ist dann auch mit Köln abgestiegen, ist dann wieder nach Frankreich gegangen, hat dann wieder alles auseinandergenommen und ist jetzt irgendwie wieder bei Stuttgart gelandet. Letztes Jahr war der schon da und dieses Jahr nimmt er da alles auseinander. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch diesen Zug halten wird, auf jeden Fall diese ganzen Leute, die den jetzt bei KickBase haben. Weißt du, kennst du KickBase? Ja, ich höre es die ganze Zeit, aber ich habe es nicht. Ja, wir spielen ja alle KickBase. Das ist in Deutschland so ein Tippspiel, wo du so Spieler hast und die dann Punkte machen, je nachdem wie die am Wochenende spielen und so. Und Girassi. Aber das kannst du eigentlich nur mitmachen, wenn du von Anfang an dabei bist, oder? Ja, also wenn du jetzt reinkommst. Schwer, dass du noch. Ist schwer, weil die ganzen guten Spieler halt weg sind. Ach so, aber so punktemäßig kannst du noch aufholen? Nein, also nach jetzt sieben Spielen niemals. Weil die Leute haben jetzt so im Schnitt, sag ich mal, wenn du sieben spielst, sag ich mal 800 Punkte. Sieben mal acht. So, das heißt, die beste Starthälfte, die du aufstellst und die, die dann auch richtig performt, umso mehr Punkte machst du. Ja, sagen wir mal jetzt, du hast jetzt ein Spieler von Freiburg, zwei Spieler von Leipzig, drei Spieler von Leverkusen und zwei Spieler von Bayern und drei Spieler von, oder zwei Spieler von Dortmund, keine Ahnung, wie viel ich jetzt aufgezählt habe. Ja. Je nachdem, wie die Mannschaften performen, kriegst du halt Punkte. Also wenn du gewonnen hast, kriegst du mehr Punkte. Wenn die Spieler Tore schießen, kriegst du Punkte. Wenn dann ein Abwehrspieler ein Tor schießt, kriegt er mehr Punkte, als wenn du ein Stürmer Tore schießt. Weißt du? Wenn er aber in Abwehrfieler einen Elfmeter verschuldet, macht er Minuspunkte. Also alles kann da so drin sein. Und Gerasi hat so im Schnitt, glaube ich, so 400, 300, sagen wir mal 300 Punkte, was geistest krank ist. Der hat einmal 500 Punkte gemacht bei so einem Hattrick. Davor hat er dann wieder 500 Punkte gehabt, so bei dem Spiel davor. Dem macht er auch noch Vorlagen und so. Und das ist halt so eine App, die ist schon, also die macht schon krass süchtig. Und was gewinnst du, gewinnst du was, wenn du, der am meisten Punkt hat von ganz Deutschland? Ja, also nee, also das gibt so Challenges, das kannst du machen. Aber normalerweise spielt man das halt so in Gruppen und jeder hat, dann spielt man halt so einen Einsatz. Ah, okay. Und ich bin halt so, ich glaube 200 Euro jeder. Und da ist da schon viel Feuer drin. Okay, dann macht man das auch ernst. Ja, da gibt es auch wirklich. Dann vergisst man diese Dinge auch nicht, ne? Ja, auch so wirklich diese Tricks und so. Bei mir ist jeden Tag, ich gehe da rein, ich hole mir direkt diese 100.000 Euro ab, weil du kriegst so 100.000 Euro Budget. Weil du Transfer machen? Nee, dass du einfach drinnen reingekommen bist in die App. Ach so. Ist halt auch clever von der App halt, dass die sozusagen diese Aufmerksamkeit bekommen. Da kriegst du halt immer Budget, was du halt verwalten kannst. Wie so eine kleine Finanzspritze. Und damit musst du, jeder fängt halt mit demselben Budget an. Aber ist geil. Und da musst du gucken, wer der beste Manager ist. Bist du mäßig Sportdirektor? Ja, so, du bist Manager. Ja. Darüber, da gibt es auch einen eigenen Podcast und so. Also das bewegt echt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen so gerade. Und du guckst halt auch Spiele anders. Ja. So, wenn so Bonnyface so verschießt, ich denke mir so, nein, warum hat der gerade verschossen und so. Hast du Bonnyface oder so? Ja, ich habe Bonnyface. Also mein Team, ich habe Bonnyface, ich habe Sané, der dieses Jahr auch komplett alles rasiert. Den habe ich noch, der nennenswert ist. Openda von Leipzig, David Raum von Leipzig, der ist auch gut dieses Jahr. Nübel, sehr, sehr stark dieses Jahr. Torwart von Stuttgart. Stuttgart ist auch krass dieses Jahr, ne? Den haben wir drei Spiele 5-0 gewonnen und ich habe ein Spiel 5-0 verloren. Andere Spiele haben die dann wieder 2-0 oder 3-1 gewonnen. Also sie sind auch stark dieses Jahr. Ne. Muss man mal sehen, wie lange das hält. Aber ich finde das halt krass, dass jetzt so, das sind so Namen. Du hast jetzt so Darmstadt und Haldenheim. In der Liga kanntest du die vorher? Ne. Darmstadt kennst du ja wahrscheinlich nur von Mon Luka. Weil das hier ist, ja. Ja. Und die auch da gespielt haben. Aber das sind halt für mich keine Bundesliga-Vereine, weißt du? Für mich sind so Vereine wie Schalke, Hamburg, sogar Hannover, FC Nürnberg, Hertha, BSC Berlin. Die tonen da jetzt gerade alle in der 2. Liga rum. Und das macht doch von denen fast keiner den Anschein, dass er wirklich wieder aufsteigen will, weißt du? Und überleg mal, was das für Traditionsvereine sind. Werder auch, ne? Ne, Werder Bremen ist in der 1. Liga. Werder Bremen ist in der 1. Liga. Sind die nicht aufgestiegen? Ne, ne, die sind nicht abgestiegen. Und, äh, Schalke ist ja das erste Mal vor ein paar Jahren abgestiegen. Ne, wann sind die abgestiegen? Dieses Jahr? Schalke? Ja. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr das erste Mal seit Jahren abgestiegen. Mhm. Und, äh, warte mal, erzähl ich jetzt irgendeinen Bullshit? Ne, dieses Jahr. Aber sind die vorher schon mal abgestiegen? Ja, das weiß ich nicht, aber dieses Jahr sind die abgestiegen. Die sind auf jeden Fall dieses Jahr abgestiegen. Und Hamburg ist vor ein paar Jahren das erste Mal überhaupt abgestiegen. Ne. Und sind seitdem nie wieder aufgestiegen jetzt. Seit 3, 4 Jahren, glaube ich. Und das ist halt so schwer für diese Mannschaften, dass die einfach in der 2. Liga drin sind und die hatten Etats, Bruder, das war früher geisteskrank. Mhm. So, und das war dann so auch von den Stadien her, von den Fans her, da fehlt ja extrem was. Allein dieses Revierderby, jetzt Dortmund-Schalke, was einfach fehlt. Dort Hamburg, Bruder, das war immer ein Verein, wo die krassesten Spieler auch gespielt haben und so. Ja. Die waren immer in den Top 4, 5 in der Bundesliga und das Hertha-Best in Berlin, was einfach ein Hauptstadt-Klub ist, die jetzt einfach den Rang abgelaufen bekommen haben von Union Berlin. Union, ja. Die jetzt da einfach machen, was die jetzt spielen. Champions League, Bruder. 1-0 nur gegen Real. In Real Madrid. In Bernabeu, Bruder. Und da spielt einfach so ein Bonucci. Naja. Bruder, weißt du, was ich meine? So ein Bonucci spielt bei Union Berlin, Bruder. Ich habe den da letztens bei so einem Spiel gespielt, einer seiner ersten Spiele im Kader, wo der im Kader war. Ja. Der hatte da einfach so ein Aufwärm, diese Leibchen an. Ich habe Bonucci bei Union Berlin auf der Bank gesehen, Bruder. Was sagst du, was für ein verkehrtes Bild das für mich war? Aber es war für mich schon verkehrt, wo Isco da war, weißt du noch? So dieses Gespräch. Ja, das ganze Skandal. Ich hätte das gesehen, das hat wieder angefangen, ne? Also das Spiel ist wieder irgendwo. Ja, das ist krass. Das ist krass, ne? Das freut mich auch irgendwie so für den, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. War so ein krasser Spieler. Für den, ja. Es gibt so viele Spieler, die jetzt leider schon so in Vergessenheit geraten sind. Boateng zu Bayern. Warum ist das passiert? Das ist schon passiert. Wie? Das ist schon passiert. Der hatte heute Training. Echt? Ja, ist noch nicht so offiziell, aber du weißt, Fabrizio Romano. Hat der schon gepostet? Ja, ja. Weil der Fabrizio Romano ist mich auch einfach nur geisteskrank, ne? Stimmt, das können wir auch sagen. Kennst du nicht dieses, ja, das ist safe. Ja. Aber kennst du nicht damals, so wenn man gesagt hat, in Deutschland gab es so, ich glaube die Leute, die das verstehen, die werden es auf jeden Fall fühlen. Wenn man gesagt hat, so, das stimmt, ich habe es bei Galileo gesehen. Ja. Kennst du Galileo? Ja, ja, normal. Und man hat ja früher gesagt, wenn man irgendwas gesagt hat, so, ey Bruder, ich habe es bei Galileo gesehen. Das stimmt zu 100 Prozent, so weißt du. Ja. Und jetzt, egal was du sagst, wenn du sagst, ey Fabrizio Romano hat das gepostet, dann stimmt das zu 1000 Prozent. So, die Ding, die Quelle kommt früher immer von Galileo, heute über Fußball Fabrizio Romano oder TikTok. Ja, stimmt. TikTok ist auch. TikTok ist krass. Ja. Aber Fabrizio Romano ist auch ein krasser, für mich einer der krassesten Typen, die es gerade so im Fußball gibt. Wir wollten ja mit dem unbedingt Podcast machen. Genau. Du kannst ja erzählen. Ja, und ich habe ja dem geschrieben und, weil wir haben, also ich glaube, der hat mal, ähm, ich glaube, er hat, wollte mir schreiben und dann geht ja dieses Annehmen weg. Ja. Das heißt, er kriegt meine Nachricht direkt. Ja. Und ich glaube, das war wegen irgendwas wegen Noah, weil ich mal ein Video gemacht habe und der hat das so geteilt, irgendwie sowas. Und dann, ähm, Ja, und es ja auch gepostet. Ja, genau. Und dann konnte ich das direkt, konnte ich ihm direkt schreiben. Mhm. Und dann habe ich ihn so gefragt, ey, wir werden so full interessiert und so an seiner Geschichte und so. Der war auch richtig korrekt, hat direkt. Geantwortet, ja. Ja, so nach 10 Minuten hat er Mimo geschickt. Er so, ey Jack und so, danke für die Interesse und so. Es tut mir aber leider leid, ähm, wir können leider nicht, weil der hat irgendwie einen Deal mit Sky oder so. Ja. Was ja auch Sinn macht. Ja. Und, äh, ja, leider klappt das nicht. Aber er hat, er hat gesagt, er hätte es gerne gemacht, so. Ja, Bro, sobald er hat gesagt, auch wenn es irgendwann mal klappen würde, würde er sich auf jeden Fall melden und so. Ja. Wenn wir mal gucken, auf jeden Fall, das wäre einer meiner so favorite Gäste, so auf jeden Fall. Ich glaube, das würde auch so viele Leute interessieren, was es bei dem Typen so geht. Ich weiß noch, der hat so nach der Transferperiode so mal gepostet, wie viele Tage, wie viele Stunden der am Handy ist und so. Es ist einfach nur geisteskrank, so was für eine Quelle der Typ geworden ist. Ja. Aber ich frage mich, wie lange sein Business Case halten kann, weil es ist ja nur von ihm abhängig, weil er ja selber sagt, ich lasse keine Quelle rausgehen, ohne dass ich die nicht abgecheckt habe oder sie von mir kommt, also von meinem Handy, von meinem Account gepostet wird. Ja. Und dieses One-Man-Show-Ding kann halt irgendwann halt auch wieder zu diesen Mental Healths führen. Und da würde ich das auf jeden Fall verstehen, so, weil du wirklich nur am Arbeiten bist. Und ich glaube jetzt nicht, dass du ja dann so die restlichen neun Monate dann nichts macht, oder acht Monate wegen Winter, dann gar nichts macht, sondern da ist er auch die ganze aktiv, weil es gibt ja auch vereinslose Spieler, die noch wechseln und so, weißt du? Und auch Beziehungen aufbauen und so, das ist ja sein ganzer Alltag. Boah, ich weiß, also, ich gönne ihm natürlich so das Beste, ich finde es auch krass interessant. Für mich wäre krass, wenn er da so irgendwie ein Team ausbauen könnte, was er dann so ausbildet, dass er dann ein bisschen weniger arbeiten könnte und da ein bisschen ins Unternehmerische gehen würde, aber... Aber ist schwer zu sagen, weil, Bro, wenn du guckst, diese Transferfenster, wo du du gehst diese Stories durch, wo du siehst über 100 Stories, so diese... Ich weiß noch, du hast mir einmal gesagt, so, ey, Bro, der hat das und das gepostet, ich hab das gesucht, Digga, ich hab gesucht, gesucht, du skippst, du skippst, du findest nicht, du musst wieder von neu, boah, nee, Alter, das ist auch wieder drei Minuten, da wieder, 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 wieder und dann findest du das erstmal, Alter, das ist schon heftig. Aber es sind halt so auch Geschichten, so die interessant sind, die auch nach oben gekommen sind, was Erfolgssachen sind und so. Also, ich finde, dass halt jetzt in der letzten, also auch das letzte Thema, was ich jetzt antrechnen will, ist auch so, bevor wir jetzt zum Ende kommen, vielleicht geht es noch was länger, aber das Thema so mit dem Erfolg, sag ich jetzt mal, ne, man hat ja so seinen Erfolg, man hat irgendwann, Erfolg ist ja für mich auch subjektiv, aber was hieß so für dich damals so Erfolg haben? Weil ich bekomme das immer mehr mit, ich weiß nicht, ob das auch für manche Leute auch wichtig ist, das zu hören, so. Der Mensch will immer auf dem schnellsten Weg erfolgreich werden, aber ohne diese ganzen Struggles durchzugehen, weißt du, was ich meine? Der will einfach nur, der sieht, ey, okay, das und das klappt, ey, guck mal hier, Jack macht Videos, ey, die machen jetzt einen Podcast, ey, Maddo hat jetzt, sag ich mal, eine Klamottenmarke und bla 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 bla, ne, die sehen das jetzt, aber die wissen gar nicht, was es braucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und diese ganzen, es gibt ja immer diese ganzen hier, Unseen, Late Nights und bla 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 und dies und das und diese ganzen Struggles und so, die wollen die gar nicht in Kauf nehmen, sondern die wollen einfach von hier, von null auf hundert, aber am besten so in zwei, drei Monaten. Und dann direkt so eine Story posten mit, äh, im Lambo-Urus und, äh, dann ein Video, ein Lied dahinter posten, so mit, äh, start it from the bottom, now we're here. Weißt du so? Mhm. So, was hältst du so davon? Also, wie war das so für dich so, dass du sagst, ich finde so bei dir kam ja schon so jetzt, dass du so einen Meilenstein erreicht hast, sag ich mal, mit der einen Sache, wo man, sag ich mal, so einen Haken wieder dran machen kann. So, wie findest du, ist das so, 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 wahrzunehmen? Also, wie kann man, was kann man so dazu sagen, wie der Erfolg so aufgebaut ist? Also, ich sag mal, so, sowieso jeder ist anders, jeder nimmt das komplett anders wahr. Für mich war immer so, mein Hauptziel war einfach so selbstständig sein, dass niemand mir so sagen kann, was ich machen muss und was nicht. So, und dann, wenn du das mal so erreicht hast, dann setzt du dir halt so andere Ziele, so, bei mir war es halt jetzt der Fall, so, dass ich mir so Namen als Ziel gesetzt habe, also Kunden, die ich haben will oder Leute, die ich vor meiner Kamera haben will. Ähm, so, ich hab mir auch so einzelne, wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man, objektive, wie sagt man das? Weißt du, so, ein Auto, wie sagt man das? Materialistische. Materialistische Ziele? Ja. Ähm, aber ich sag immer so, das Wichtigste war bei mir immer so, dass man so, ähm, klar, was vor Augen hat, so, wo man in einem Ende Jahr, vor allem Ende Jahr, war für mich wichtig, wo du am Ende Jahr stehen willst. Ich hab immer so eine Liste, so, was ich, was ich dieses Jahr erreichen will. Ja. Weil so viele Leute kommen ja immer zu dir und sagen so, wo willst du, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm. Bro, ich hab keine Ahnung. Ja. So, weil, Bro, diese Jobs, die wir ausüben, so, ist schnelllebig, weißt du? Vor fünf Jahren gab's deinen Job nicht mehr. Oder, 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 so, gab's einfach nicht vor fünf Jahren. So, wenn du vor, schon drei Jahren oder so, jemandem gesagt hast, boah, ich werd irgendwann mal vor den Videos leben, für Fußballern. Ja. Er sagt, ja, mach das, aber du überlebst nicht, so, weißt du? Ja, ja. Deswegen, ja, für mich ist einfach so, diese, dass du so Ziele setzt, für dieses Jahr oder für die nächsten sechs Monate, was auch immer, und von denen dann so ausarbeitest. Safe. Ja, das mit den Zielen hab ich ja auch, hab ich ja von dir auch abgeguckt, wir haben ja damals schon darüber geredet auch, das heißt abgeguckt, also ich hab mich inspirieren lassen, weil ich find das echt eine geile Sache so, dass man dann auch immer manchmal so da drauf guckt und sich denkt so, ey, Digga, ich muss jetzt mal Gas geben und so, weil ich hab mir was versprochen, so, weil das hab ich früher nicht gemacht und ich find auch viele sind, sag ich mal, auf so einem Weg oder auf so einer Journey, wo die sich denken, Alter, ich will irgendwas erreichen, aber die wissen nicht, wie. Vor allem ist das, kennst du die Leute, die extrem viel wollen, aber nix machen wollen? Ja. Also die haben die krassesten Visionen, wenn du die fragst, was passiert in den nächsten fünf Jahren, die sagen dir von A bis Z, aber die schlafen morgen bis 15 Uhr, die schlafen übermorgen bis 15 Uhr, die schlafen auch übermorgen bis 15 Uhr und denken, dieses Ziel kommt einfach zu denen. Das ist halt das, Bro, entweder, also lieber setzt du dir kleinere Ziele, wo aber auch realistisch sind, also es muss nicht mal realistisch sein, einfach, dass du wenigstens die erreichen kannst oder, keine Ahnung, wenn du dir jetzt zehn aufschreibst, dass du wenigstens fünf davon erreichen kannst, anstatt, dass du dir zwanzig aufschreibst und alle sind unrealistisch so. Bro, Bro, letztes Jahr war zum Beispiel Heavy, das war das erste Jahr, wo ich das gemacht habe und da habe ich mir so zehn Ziele aufgeschrieben und sechs davon waren eigentlich so, wenn ich, habe ich gesagt, wenn das klappt, so ist schon krass, so, weißt du, so, für mich so, da würde ich niemals denken, so, dass es klappen kann, so. Ja. Und vier davon waren so dieses, so, wenn ich das nicht erreiche, Bro, dann habe ich alles falsch gemacht, weißt du, was ich meine? Und, ähm, ich habe letztes Jahr, kann ich auch sagen, habe ich, glaube ich, sieben von zehn erreicht und drei nicht erreicht, so, und, ähm, Digga, wo ich diese Ziele erreicht habe, die so unmöglich für mich erstmal im Kopf waren, dachte ich mir, Digga, wie einfach funktioniert das Ganze eigentlich? Und wie geil ist es eigentlich so, weißt du? Und dann habe ich das irgendwann geliebt, diese Ziele so zu jagen auch. Ja. Weißt du, so Dream Chaser, ich liebe dieses Wort, das habe ich auch von Meek Mill, das ist so mein, so mein, so mein, so mein Wort, sage ich jetzt mal. Ja. Und, äh, auch die Leute, die mich kennen, die wissen das. Und, ähm, ich finde so, ein Ziel zu jagen und es dann zu erreichen oder auch alles zu geben, um das zu erreichen, egal wie. Ja. Also wirklich egal wie. Und wenn ich jetzt für dieses eine Ziel 15 Kilometer, äh, auf dem Handstand laufen muss, dann werde ich irgendwie üben, diese 15 Kilometer auf dem Handstand zu laufen, um dieses Ziel zu erreichen. Weil wenn ich es dann erreicht habe, Digga, das ist das krasseste Gefühl so. Weißt du? Ja. Und da verstehe ich halt auch diese Leute nicht, die dann denken so, oder ich reagiere so auf sowas, also komplett allergisch. Mhm. Wenn Leute denken, die kriegen irgendwelche Sachen auch geschenkt so, weil ich mir denke so, Bro, ich habe nie was geschenkt bekommen, so. Weißt du, ich musste aus, aus, man musste aus Situationen die besten Sachen rausholen, wo jeder andere gesagt hätte, Digga, scheiß drauf und so, komm, ich gehe jetzt einfach hier zu, äh, keine Ahnung was machen und so, weißt du? Ja. Und ich lasse dieses einfach jetzt komplett mal liegen. Weil das Risiko, was man ja trägt, ist ja auch so, du verzichtest auf so viele einfachere Sachen, damit es dir trotzdem am Ende des Tages gut geht, um ein übergeordnetes Ziel also zu schaffen, weißt du? Mhm. Und wenn man es am Ende des Tages dann nicht packt, dann sitzt man da und dann sagt man nicht, boah, Alter, fuck, ich habe es nicht geschafft, sondern, Digga, was war das eigentlich für eine krasse Zeit? Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich werde das niemals bereuen. Ich werde niemals bereuen, nicht, äh, also all in gegangen zu sein, so, weißt du? Nee. Wenn es dann nicht klappt, so, ich würde sogar sagen, mein Mind ist so, also mein Kopf ist so, dass ich sage, es wird 100% klappen, ich weiß, dass es klappen wird, so. Aber, wenn es nicht klappen sollte, habe ich extrem viel gelernt, Digga. Ja, extrem viel, so und, äh, das ist so auf jeden Fall für mich so ein Schlusswort, so auch für alle anderen, Digga, gebt einfach Gas, schwöre, gebt einfach Gas, macht eure Sachen hier und da, habt ein Ziel vor Augen und jagt dieses Ziel. Safe. Und scheißt auf alle kurzlebigen Sachen, die ihr da gerade seht, die eure Freunde machen, die cool sind und so, bla bla bla. Vielleicht sind die für den ersten Moment cool, aber. Ich sage auch immer das Wichtigste, was ich auch immer gemerkt habe, so, boah, du musst dir selber so treu sein. So, mach nicht irgendwelche Sachen, das, wo nicht du bist, weißt du? Beginne ich eine Kleiderbrennung, wenn du, wenn dich so Fashion null juckt, so, weil du jetzt siehst da einen Clint mit seinem Cortez, hat jetzt da die ganze, ganz England am Arsch, so. Das ist das. Ja. Das ist auch, und ich finde, das macht auch dann am Ende des Tages, das trennt dich voll vom Weizen, sagt man in Deutsch. Also, das trennt so diesen, den Normalen von dem Geisteskranken. Wenn du wirklich diese Leidenschaft hast, ne, für etwas, du brennst für etwas, das heißt Leidenschaft sind zwei Wörter, Leiden und Schaffen, verstehst du? Wenn du es kannst, man soll sich ja immer auch die Frage stellen, was würdest du machen, wenn du damit kein Geld verdienen würdest? Ja. Aber du wärst der glücklichste Mensch. Wenn du das rausfindest, Digga, dann mach genau das. Ja. Weil wenn du das machst, wird dich niemals etwas stoppen können. Weil wenn du, du brennst am Ende des Tages dafür, mit diesem Leid irgendwas dann am Ende auf die Beine zu stellen. Mhm. Und das Gefühl, glaub mir, ich hab's jetzt selber noch nicht so erlebt, sag ich jetzt mal, so wie jetzt, keine Ahnung, jetzt reden können, aber allein auf diesem Prozess dazu zu sein, ist so einfach das geilste Gefühl, was es gibt, so, weißt du? Nee, Bro, du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg, sag ich. Ja, ich denke, jeder von uns ist auf jeden Fall auf einem guten Weg so, aber ich sag mal, auch wenn man ein Ziel erreicht hat, dann werden wir auch das nächste Ziel erreichen und was auch immer. Darüber können wir ja auch beim nächsten Podcast reden, aber ja, der nächste wird ja wahrscheinlich dann mit einem Gast sein. Ja. Das wird jetzt auf jeden Fall, werden jetzt viele neue Gäste sind jetzt geplant. Ja. Viele neue Sachen mit den Gästen sind auch geplant. Also könnt ihr auf jeden Fall, auf jeden Fall die Glocke aktivieren, uns abonnieren und einfach hyped auf die nächste Zeit sein, auf die letzten Monate dieses Jahres. Ja. Ja. Aber es werden auf jeden Fall noch ein paar Krachen kommen. Man kann ja auch sagen, unser Ziel war eigentlich 30 Folgen dieses Jahr. Das heißt, wir haben jetzt Oktober, November, Dezember drei. Drei Monate. Jeden Monat drei, mindestens. Ich sitze jetzt hier und wir werden im Januar nochmal sitzen und sagen, wir haben dieses Ziel erreicht. Ja. Ist mir scheißegal, wir, aber wir werden dieses Ziel erreichen. Ja. Und wir haben das Ziel öffentlich gemacht. Wenn wir es nicht erreicht haben, dann wird auf jeden Fall irgendwas auf euch warten. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt zum Ende von diesem Podcast. Abonniert diesen Kanal. Es haben noch viel zu wenige Leute diesen Kanal abonniert. Weil jetzt werden echt geisteskranke Videos kommen. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok, um da unseren Short-Term-Content auch zu sehen. Vor allem checkt unsere beiden TikTok-Accounts ab. Wir haben jetzt einen englischen Account und einen deutschen Account. Ja, genau, das ist es. Und zeigt diesen Podcast jedem, den ihr liebt. Jeden, den ihr vielleicht auch lange mal nicht gesehen habt. Den ihr vermisst. Schickt ihr dem morgen früh, an einem Montag oder wann auch immer. Schickt ihr dem einfach diesen Podcast und sagt, ey, ich liebe dich. Guckt dir diesen Podcast an, auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du nach Hause kommst. Und telefoniert dabei und sagt einfach nur, boah, Digga, was sind das für geile Typen, die hier einen Podcast machen. Und vergesst eure Hamster nicht. In dem Sinne, say less.